Ja, es ist erschreckend, dass man von sowas hört, dass es sowas gibt, so groß wie möglich. Ich finde es ganz fürchterlich, ich finde es ganz schrecklich, was hier passiert ist. Die Mädchen werden ihres Lebens nicht mehr froh, denen das passiert ist. Die werden immer mit Angst durchs Leben gehen und auch ich habe Angst, wenn ich im Dunkeln zum Hauptbahnhof muss hier. Ich finde es schlimm, dass es einen rechtsfreien Raum gegeben hat. Und frage mich, wo war die Polizei? Hat die Polizei solche Angst gehabt vor diesen Männern, dass sie selber nicht eingreifen mochte? Gibt es überhaupt keine Möglichkeit, da etwas zu tun? Ich finde es schlimm, dass es die Polizei ist. Untertitelung des ZDF, 2020